zum Mario Kart 64 mit dem Flash mit Zendos dem Linksrum-Fahrer ne den Rechtsrum-Fahrer rechtsrum-Fahrer so jetzt geht endlich der 100er Cup los wie die Leute bei mir jetzt sehen ich hab mein Overlay nochmal komplett geändert weil das andere scheiß aussah laber nicht schlaber mal du kleiner ein 100 du hohen Kobold ich kann das nie mehr was noch spielen wieso so fangen wir an fangen wir wieder hier vorne an fangen wir da an ok sonst kommt Zendos bestimmt mit irgendwas durcheinander das gehört so das war ein von links nach richtig ne er ist denn vorne oh Bowser ja cheater nö deine Mutter ist die cheater das ist total gemein auf 100er ne ja rastet die schon aus ach Peach ey fick dich doch ganz ehrlich ah fuck aber ich hab jemand voll erwischt oh meine Nase ah meine Nase juckt ja und interessiert doch keinen hey Yashi wollen wir kuscheln Pichu ach fuck benötter ihr ihr? oh das war knapp boah die Steuerung grad schon wieder ne naja die klingt so leicht tschüss fuck wenn ihr jetzt bremst dann krieg ich und was hast denn eben ja dann bist du jetzt halt dran das ist doch nicht wahr doch hi Peach ja mach dich mal umsichtbar mit die fatzen bracke die ist aber immer nur erste die muss irgendwo links sein muss er hörst du doch ja na oh fotze schießt eigentlich auf die ffff gegen alle vergleich rein ach hast gleich wieder noch anbekommen ja der will mich echt nicht abschießen nee ich will ja einfach dass du du schießt die gleich nach hinten Drecksack ich will ja gar nicht nach hinten sonst würdest du die nicht festhalten ich hätte die fest um mich zu schützen achso mit dir weiß man mir nicht nie ich will am Peach rat die ganze zeit schauen ja meinst du so fuck ah fuck ey jetzt hab ich geschossen ihm Ohi-ho-ho-ho-ho-ho! Oho-ho-ho-ho! Fuck! Was ist so blöd gefahren denn eben? Bitchy! Danke schön! Hätte ich auch mal treffen können die 될gten. Ja, ich wollte doch das Ding nicht einsetzen. Habe ich aber nicht, guck mal. So, Bowser. Tschüss. Ach ja. Heute ist aber ein Wurm drin, da drauf. Leck. Mich verarschen. Ey, du hästiger Hoden-Kobold. Was soll denn erscheinen? Hosen-Kobold. Hoden-Kobold. Es gibt's hier ne Abkürzung, kann das sein? Ne, keine Ahnung, okay, glaub ich gar nicht. Das sah eben aber so aus. Ach, wo du da auf das Blaue gekommen bist, oder was? Ja, dass du da oben den Backup fangen kannst. Ja, das kann auch sein. Pff. Hey, du Wichser. Ich hasse dich nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, hab ich dich getroffen. Oh mein Gott, hab ich dich getroffen. Esser. Weiter. Boah. Zauberst du den Stern. Ja, glaube ich, ohne Stern wäre es der Dritter geworden. Nee, der Vierter sogar. Naja, obwohl, nee, Donkey Kong hat sich ja noch gedreht. Oh mein Gott. Ey, aber diesmal ist es jetzt heftig. Das habe ich doch beim letzten Cup auch so gemacht. Das erste Ding. Warst du auch erst und nicht zweit? Oder war das umgekehrt? Nee. Und danach habe ich gelost. Weil die scheiß Palm Level mir voll auf den Geist ging. Ja. War so richtig. Din, din, din. Da, 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 da. Gut. Du hast wieder den ersten Cup, die anderen drei nehmen. Hm, ich habe mich auch geändert, weil das hinterher mir nicht mal das alte gefallen hat. Okay. War voll scheiße, aber richtig scheiße ist das geworden. Tschüss. Weiß auch nicht, checkt das man schon nicht. Dann startest du beim zweiten schon, dann dreht er durch. Fuck. Dann ist er durchgefahren erst mal. Aber mittendrin. Immer mittendrin. Was ist mit euch falsch gelaufen, ey? Nicht, wenn ich mitten in der Kurve drifte, du Arsch. Ja, was soll ich denn sonst machen? Warten, bis du aus der Kurve raus bist? Ja. Boah, das hat er durchgefahren. Na, ist egal. Nicht, ich. Ich fahre da in sauernd durch, gerade. Was miese ist, die sind auch viel schneller in dem Cup. Ja, klar. Meist, was 150 abgeht. Und jetzt sind sie noch gemeiner. Weiß. Musst du mir nicht erzählen. Aber die sind wenigstens auch gegeneinander mit meiner. Naja, ist doch besser so. Irgendwann. Schön, dass ich das auch immer mitkriege. Nein! Dumme. Oh, du dumme Fatze. Ja, jetzt überholen die mich alle. Jetzt ist so geme... Vor allem ist das echt mies, dass sie einen so schnell überholen. Ja, aber an den Legs kannst du nicht liegen. Wir haben acht. Also... Nein, ich leide ja nicht damit. Dass sie viel schneller sind. Boah, ich hätte mir fast noch voll selbst ran gefahren, ey. Wird doch gut. Hi. Ah. LOL! Ja, das geht. Wenn ihr klein seid und gegeneinander fahrt, dann seid ihr platz. Dafür schon immer gut. Ja, das geht auch noch mal. Fuck! Hä, was war das denn, nur weil er sich gedreht hat, der Arsch? Oder nicht? Hi, Yoshi. Oh, du kleiner Wichser! Ich hab extra Bowser angeschossen, dass du mich nicht triffst und dann? Wer soll ich denn machen? Guck mal, welchen Platz ich bin. Mal machen, ne? Da kann ich aber nix für. Und das denn schon im zweiten Level, das ist krass. Deine scheiß Grün hier! War nicht mal. Oh, alter Schwede. Ganz ehrlich, ey, fickt euch. Das ist so kacke, dass du als Kleinkind jetzt mal einsetzen kannst. Danke, du Wichser. Arsch, ey. Ich muss ja mal ein Stückchen aufholen hier. Ja und, bleibt Zeitachter, ist doch gut so. Hahaha! Ganz echt lustig. Ey, ernsthaft Donkey Kong. Fickt euch doch, ey. Arsch jetzt alle hier. Warum ist Mario eben weggerutscht? Irgendwo weiß ich nicht, keine Ahnung. Warum nicht? Das war Bucky. Ich bin ja grad einfach nur leicht gegen Bowser gefahren. Ja. Aber so ganz waktfrei war die Spiele früher auch nicht. Tschüss. Ja, danke. Und vor allem, ja, ich überholt mich auch noch, indem er an mir vorbeirutscht. Was soll der direkt denn? Und ich setz, das ist immer das geilste Gewinn. Soll du selbst Pilz ein? Die sind trotzdem schneller als du. Oh nein. Nein. Nein, 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 Bowser. Vergiss es, vergiss es. Ich hab zwar Glück gehabt. Tschüss. Tschüss. Ist der vier da reingefahren? Ein Bowser. Der, bei uns hab ich doch noch grad überholt. Oh, was ein Kotz, ey. Aha. Aber das ist schon schwerer, um einiges. Kacke. Allein die zweite Runde, ey. Guck dir die mal an. Ja. Die erste noch top gefahren und dann... Was war denn da alles? Ach, da waren alle... Da war ja Schildkröten-Action von uns allen. Ja. Hab ich jetzt hier nichts mehr zu saufen. Ja. Ich hab jetzt mal zwei grüne Hände hintereinander abbekommen. Totale Rache hier, oder was? Ja, neun. Genau. Zehn, neun, neun. Ja.